los geht's wunderschönen guten tag miteinander wir wollen dieses stück holz auf eine vorher bestimmte dicke bringen und jetzt könnten wir ganz einfach dem namen entsprechend an den dicken hobel gehen den haben wir blöderweise nicht oder wir schnappen uns hier einmal unsere fsg und bauen die einmal eben hier zum planfräsen um dazu schrauben jetzt einmal die beiden profile hier dran das ganze wird jetzt hier auch noch mal entsprechend auf die höhe mit dem fräser eingestellt und dann können wir nachdem das werkstück festgespannt wurde auch schon munter los fräsen also ihr kennt noch gar nicht unser frässystem was man sowohl mobil als auch stationär nutzen kann und ihr habt auch keine 400 euro übrig für so eine schicke raubank dann seid ihr genau richtig ich zeige euch nämlich wie wir einfach nur mit diesen beiden kanthölzern und einem einfachen holzfobel dieses problem jetzt hier ganz einfach lösen können und ich habe so noch nicht gesehen vielleicht gibt es schon dann mehr kulper aber ich glaube dass dieses system viele von euch vielleicht in zukunft auf jeden fall die arbeit erleichtern wird falls ihr euch fragt welcher minderjährige quatscht mich die ganze zeit voll ich bin's dominik ich habe mich beim rasieren ein bisschen mit der tiefen einstellung vertan bevor wir jetzt hier mit dem hobel gleich loslegen zeichnen wir uns einmal die höhe an die wir hinterher als endmaß haben möchten das kennen wir vielleicht sonst so mit dem streichmaß in diesem falle habe ich jetzt aber hier schon leisten vorbereitet 30 mm zwei stück das ist das maß was ich hinterher haben möchte vielleicht so ein gutes maß für eine tischplatte ich könnte mir vorstellen dass man vielleicht 20 mm leisten vorbereitet ist so ein typisches maß wenn wir korpus bauen möchten also je nachdem was ihr da besonders oft bevorzugt können wir natürlich das auch vorbereiten ich würde jetzt nicht zu kleinlich werden 21 mm 20 mm ist glaube ich jetzt nicht ein maß dass man andauernd wechselt versucht er das was ihr am meisten nutzt einmal vorzubereiten und dann haben wir schnell zur hand jetzt wird einmal hier das werkstück festgespannt ich nutze hier dazu ganz gerne diese spannung von besser man muss ein bisschen aufpassen dass hier nämlich nicht zu dolle gespannt wird sonst hebt ihr am ende auch tatsächlich werkstück ja noch an die dinge haben nämlich ordentlich power also da so ein bisschen obacht oder vorsicht walten lassen so die wespe guckt die ganze sache jetzt auch noch mal hier an und ich erkläre ich kurz was wir hier jetzt des weiteren vorhaben der schrubhobel wird jetzt natürlich einmal ein bisschen gröber eingestellt denn wir werden das erstmal hier grob zu dieser linie vorarbeiten und wenn wir dann vielleicht ja bis auf ich sag mal zwei millimeter dran gekommen sind also schon in den bereich kommen wo wir nicht mehr einfach grob drauf los schrubben können sondern uns ein bisschen mehr konzentrieren müssen rüsten wir das ganze um zeige ich euch gleich und dann haben wir nämlich genau wie ich das vorhin bei unserem frässystem schon gezeigt hatte hier jetzt gleich diese abstandshalter und die sorgen dann in kombination mit unserer schrubb hobel raubank dafür dass wir wirklich dann irgendwann genau das maß erreicht haben was wir uns eingestellt haben wir haben ganz schön das weg geschafft und sind jetzt hier kurz vor denen ja ich würde sagen es sind vielleicht noch so anderthalb millimeter die wir weg hobeln müssen jetzt kommt die kritische phase jetzt könnte es zu problemen kommen wir zeigen jetzt hier noch mal kurz dieses slow mo video sieht natürlich verdammt cool aus wenn jetzt hier so die hobelspäne da wegfliegen aber es hat einen vor allem pädagogischen hintergrund denn wir sehen am anfang haben wir ein bisschen zu viel druck auf dem rechten arm gehabt das heißt der hobel geht jetzt hier nach unten und kommt vielleicht schon unter das maß was wir angezeichnet haben das gleiche gilt am ende wir wollen ein bisschen druck auf den hobel geben wir rutschen über die kante am ende hinüber das sorgt dafür dass wir auch am ende unter diese kante rutschen können problematisch darum rechtzeitig jetzt hier auf diesen frankstein umbauen und der ist halt eben so weit verlässlich dass wir halt eben eben nicht mehr unter diese kante rutschen können wir können also auch wie ich das hier in dem video schon mal gezeigt habe bei der multifunkz hobel lade blind hobeln war da so ein bisschen demonstrativ werde ich hier gleich auch machen was ist der sinn und zweck dahinter ich möchte euch zeigen dass auch das arbeiten mit handwerkszeugen nur so ein bisschen mut bedarf damit überhaupt anzufangen und dass das können nach und nach kommt mit der richtigen vorrichtung man auch einfach ein bisschen abkürzen kann ihr müsst also nicht euch fünf jahre von einem deutschen meister bequatschen lassen und nummer sechs auslandssemester in japan dranhängen nur damit jetzt hier mal ein bisschen so ein kleines brettchen plan hobeln könnt während ihr euch jetzt wirklich noch fragt dominik hast du wirklich in diesen holz hole reingeschraubt ja ich habe gar keine zeit um so kommentare zu beantworten ich will hier arbeiten das gleiche gilt für euch also ran ans werkzeug das ist ein werkzeug das soll genutzt werden im besten fall habt ihr irgendwie bei kleinanzeigen bekommen für das apple und ein dann tut das nicht ganz so weh auf worte lassen jetzt natürlich hier auch taten folgen das heißt ich werde mir jetzt hier einmal die augen verbinden los geht's und damit sind wir am ziel unserer reise auch angelangt wir haben jetzt hier ein werkstück was überall eine gleichmäßige materialstärke hat und glaubt mir da braucht man schon eine gewisse übung für wenn man diese vorrichtung nicht hat denn es ist halt eben schnell passiert man hat einmal nicht geschaut man ist halt eben so in der bewegung drin und zack hat man zu tief gehobelt ärgerlich ja darum ärgere ich mich vor allem dass ich diese vorrichtung nicht schon wesentlich ärmer irgendwie überlegt habe um euch das zu zeigen um euch den einstieg in die wunderbare welt der holzbearbeitung mit handwerkszeugen so ein bisschen einfacher zu gestalten zwei einschränkungen müssen ergeben blind arbeiten ist hier rein demonstrativ auf diesem kanal jetzt hier von mir praktiziert worden aber natürlich nicht zu empfehlen wir wollen mit allen sinnen bei der arbeit sein und so passiert es nämlich dass ich hier auch mal über das ziel hinaus hobel und hier meine leisten hobel das ist natürlich blöd auf dauer mache ich mir die leisten kaputt und dann habe ich halt eben nicht mehr diese höhenreferenz und da müssen wir auch direkt die einschränkung geben eigentlich habe ich jetzt hier keine höhe von 30 mm sondern das eisen steht ja ein bisschen über die hobelsohle hinaus und damit habe ich hier eine schrubbrubel steht ein bisschen weiter raus wahrscheinlich nur eine materialstärke von 29 29,5 millimetern berücksichtigt das also ich habe es am anfang leider nicht gemacht das heißt wir hätten die ja natürlich vielleicht auch noch mal ein millimeter höher machen sollen um das exakte maß halt eben zu kommen ich habe jetzt hier halt eben auch noch mal bei dieser arbeit ein bisschen dazugelernt ja natürlich inspiriert bei unserem fräß system ja das haben wir jetzt hier auch natürlich umlegbar diese profile dass wir halt eben da zumindest sie 20 und 40 mm einstellen können und dann haben natürlich die exakte höhe mit dem fräser dann einstellen können es gibt das ganze natürlich auch noch mal haben wir auch schon ein video gezeigt internet voll von diesen flattening jigs also ja auch hier wieder geführt dass wir halt eben den die oberfräse darüber bewegen können und das hat mich so ein bisschen ja eigentlich stutzig gemacht es gibt so viele videos vorrichtungsbau oberfräse vorrichtungsbau bannsäge kreissäge was auch immer es gibt viel zu wenige für handwerkszeuge da wird schon fast irgendwie immer so ein bisschen von ausgegangen man muss halt eben einfach alles so ja schon verinnerlicht haben man muss da ewigkeiten zu üben damit man das kann und darum werden wir uns jetzt auch in zukunft ein bisschen mehr hier auf handwerkszeuge konzentrieren auf vorrichtung damit ihr es einfach habt in diese wunderbare welt der holzbearbeitung mit handwerkszeugen einsteigen zu können jetzt mache ich natürlich ein bisschen selber das geschäft kaputt also wer interesse an ohrfräsen hat und an einem fräsystem was vielseitig einsetzbar ist würde ich mich natürlich freuen wenn ihr damit den kanal unterstützt mit unserem fräsystem oder wenn er sagt naja was ist das eigentlich hier für schönes dunkles oder helles holz auch kanthölzer sind bei uns im shop zu finden kleine werbung an der stelle ich bedanke mich für die aufmerksamkeit und wenn ihr fragen habt wie immer unten in den kommentaren und ja ich hoffe bis zum nächsten mal macht's gut tschau tschau